Und sage hier nochmal Montag, den 16.08.2021, einen wunderschönen guten Morgen, 8.31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX-Trade vor und wir steigen jetzt hier ein 15.907 zu 15.892. Also 15.907 gehen wir long und 15.892 gehen wir short. Das wäre dann die erste Falle im DAX, das wäre ein Big-Number-Trade. Und 16.000 ist hier oben, das ist wie gesagt, ist jetzt die 15.9 als Big-Number. Wir sehen am Freitag gab es so peu à peu nach dem Rekordhoch hier noch kleinere Boxen, die man hätte traden können. So, wir blicken dann auf den linken Bildrand und sehen dann hier die Wohler-Boxen vom Freitag. Da war also auch einiges zu holen. Ich gehe jetzt mal auf den 5-Minuten-Chart und blicke jetzt mal, wo kommt eventuell die Wohler-Box für heute rein. 15.930 ist die Ankündigung 15.930. So könnte der Markt in die Wohler-Box reinkommen. Das wäre dann irgendwo hier oben oder wo die Freitags-Wohler-Box die letzte war. Und damit starten wir auch in die Dailies rein. Und starten heute mit Ethereum wieder. Den habe ich noch offen. Daily Basis Long. Ethereum 4 Stunden Long. Stunde Long. 30. Long. 15. Und 5 Minuten Short. Also aber in übergeordneten Märkten ist der Markt eher Long in dem Bereich Bitcoin bei 47. Wir nähern uns der 50.000er-Marke wieder. Also hier 47.033. Wochen Daily Basis Long. 4 Stunden Long. Stunde Long im Bitcoin. 30. Long. 15. Long. Ja. Und 5 Minuten Short. Und das ist aber auch ein Anzeichen, dass übergeordneten, erst mal der Markt wieder gute Kaufimpulse bekommen hat. Dow Jones. Haben wir nicht ordern. So. Dow Jones Daily Basis Long. 4 Stunden Long. Stunde Short. 30. Short. 15. Short. 5 Minuten Short. Also da leichte Erholung. S&P 500. Daily Basis Long. 4 Stunden Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30. Short. 15. Short. Und 5 Minuten auch Short. Kommen wir zu Gold. Daily Basis Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30. Long. 15. Short. Und 5 Minuten Short. Also da ist ein bisschen unentschieden. Öl. Wochenbasis Long. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Minuten Short. 15. Und 5 Minuten auch Short. Letzter Markt ist der DAX. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30. Short. 15. Short. Und 5 Minuten auch Short. Okay. Das ist also hier unsere Falle aktuell. Wir sehen, wir haben heute mit einem Gap geöffnet. 50 Punkte schon. Also Volatilität ist vorhanden. Und ich wünsche uns dann einen guten und erfolgreichen Einstieg. Ich muss noch wegnehmen, die roten Linien. So. Zack. Und dann. Geht es los. So. Wir sind Short im ersten Trade. Mit der Big Number. Short im ersten Trade. 15.892. Big Number treten wir dreimal auf diesem Level. Dann verabschieden wir uns. In 5 Minuten startet dann 9 Uhr Frankfurt. Bis zum Start. Und das sieht so aus, als wenn der Trade hier. Big Number. Direkt im ersten in den Gewinn läuft. Und das war es schon. 4, 2, 1. Jetzt ist nochmal die Glocke. Aber der erste Big Number Trade ist in den Gewinn gelaufen. Und jetzt haben wir direkt auch die Wohlerbox. Und das bedeutet Wohlerbox oben. Und Wohlerbox unten. Big Number wird auch platziert. Ja. Der Eröffnungstraight war also ein Big Number Trade am 16. August. Ich verabschiede mich hiermit. Und wünsche allen YouTuberern natürlich nochmal einen erfolgreichen Handelstag. Wir machen im Live-Tradingraum weiter. Und sind schon im ersten Trade. Wieder long mit der Wohlerbox. Also bis morgen.